Willkommen zu TikTok Hotlab, die Formline startet in einer neuen Season und wir starten auch hier auf TikTok in einer Hotlab Season. Wir sind heute in Bahrain, ich freue mich extrem, es gibt drei DRS-Zonen, wir werden uns jeden Winkel dieser Strecke angucken und let's go. Hier aus der letzten Kurve raus, was soll ich euch sagen, der Grip ist hier eigentlich, bzw. der Exit ist verdammt wichtig, DRS auf und es geht los. Hier runter, diese komplette Straight, es ist eine coole Strecke, muss ich euch echt sagen und es geht in Turn 1, die ist schon ziemlich tricky, man muss rechts eher innen bleiben. Ich bin ein bisschen zu weit nach außen gekommen und ja, der Exit hier verdammt wichtig, Berg hoch ist auch die erste Möglichkeit, sich den Gegner zurechtzulegen, ein bisschen dran zu kommen, aber wenn man hier natürlich auf Speed geht, ist es natürlich auch wichtig, hier früh aufs Gas zu gehen. Ich fahre sehr spät auf der Bremse und ganz nah an den Track Limits dran, aber genauso gehört sich eine Hotlab. Hier dann runter, eng an den Curbs bleiben, Full Speed, Gas durchdrücken, links kannst du ein bisschen über den Curb drüber fahren, mehr Schwung, die komplette Strecke ausnutzen. Das ist auch das Thema, das ist auch so ein bisschen das Stichwort. Hier runter die schwierigste Kurve meiner Meinung nach der Strecke, Kurve 9 und 10, ganz, ganz schwierige Sache hier. Der Exit verdammt wichtig, dann den Heck-Spoiler wieder aufmachen, natürlich die RS und es geht Richtung Sektor 3. Das ist wirklich einer der besten Sektoren im kompletten Formel 1 Kalender. Den Berg rauf, man könnte die Strecke noch ein bisschen mehr ausfahren, dann hier hoch, ganz, 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 ganz aufpassen. Rechts auf diesen langgezogenen Curb trittst dich ganz leicht weg und hier dann rauf. Da würde ich persönlich noch eine 4. DRS-Zone machen, aber ich bin ja nicht der Rennstuart. Es geht dann in die letzte Kurve rein, ganz, ganz nah die Track Limits hier aus. Ja, ganz, ganz nah war das hier. Das war schon eine Runde hier, es war ein 1,29, 9,1,3 glaube ich. Hinten weiß ich nicht, das war ein 1,29,9 auf jeden Fall, das war auch mein Ziel. Macht gerne das Plus-Wing, das Herzrot, dass nichts mehr verpasst. Und was habt ihr so gefahren?